Rüde gefault und das müsste jetzt mal gern werden Ganz gut im Sturm, wenn irgend wieder lieber Mittelfeld Auf jeden Fall die Position, mit der man nicht mehr so besonders auffällt Ich stob viel auf ihn, lass mal kurz stehen Wir sollen in Dreierkette weiterspielen Es kommt kein Doppelpass mehr an Gibt nichts zu fragen, wer ist schon gern spontan Deutschland in Unterzahl, das Freundschaftsspiel ist aus Die rote Karte kam nach gelb, ich geh dann mal nach Haus Das ganze Spiel lang rennst du und kämpfst dich nicht frei Das ganze Spiel lang kämpfen und dann ist es vorbei Es gibt zwei Teams, aber man stellt dir vor Du stehst bei beiden, gleichzeitig im Tor Deutschland in Unterzahl, das Freundschaftsspiel ist aus Die rote Karte kam nach gelb, ich geh dann mal nach Haus So was ist kein Fanclub da So was ist kein Fanclub da Ich für den hedonisten Mino Star Fast alle jubeln auf der anderen Seite Ich lass mich lieber sperren Fast alle jubeln auf der anderen Seite Bei den alten Herren Bei den alten Herren Deutschland in Unterzahl, das Freundschaftsspiel ist aus Die rote Karte kam nach gelb, ich geh dann mal nach Haus Die rote Karte kam nach gelb, ich geh dann mal nach Haus Bye 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 Das kann nicht sein, das ist ein Skandal, diese Entscheidung Das ist unglaublich!